Hallöchen Freunde! Heute zeige ich euch meine neuen Monster-Heilpuppen, die ich zu reinkommen gelegt habe. Tut mir leid, ich habe gerade nur die Tiere zu gemacht. Also, los geht's! Das ist die erste. Hier, ihr dürft sie euch nochmal angucken. Hier hinten, sieht ganz normal aus. Okay, das ist Frankie mit Claudine vermischt. Und, ja, da steht aber auf der Packung nur Frankie drauf. Da dachte ich erst, oh mein Gott, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch auch Claudine. Und bei Fatale Fusion, da gab's Claudine mit Frankie doch gar nicht. Ja, da habe ich mich auch schon gefragt. Bei der nächsten Puppe ist das genauso. Ist irgendwie doof. So, jetzt geht's zur nächsten Puppe. Das da ist Scara. Und Scara ist, wie ihr seht, mit Toralei für mich. Ja, sieht irgendwie doof aus. Alle beide haben blaue Haut. Das sieht man hier. Wenn ihr euch wundert, der Fernseher da ist. Nicht für uns. Also für mich auch nicht. Mein Fernseher da ist da hinten. Und, ja, Frankie und Scara. Nachher kommt noch ein Video von mir. Dann dürft ihr euch ansehen, wie ich mit den Monsterpuppen spiele. Also sowas wie ein Film. Geht nicht sehr lange. Ich glaube nur 20 Minuten. Und, ja. Bis dann, Leute. Ciao.